So weiter geht's mit dem Bus Simulator und der nächsten Tour. Eine Strecke mit zehn Haltestellen Maximum, Hauptbahnhof, Schummergrund, Siegweiden und Oakville sind die nächsten Aufgaben. Das heißt, wir müssen wieder Fahrer generieren. Das heißt, wir können wieder eine Strecke abziehen, außer jetzt die letzten beiden, die 25 und die 26. Das heißt, alles andere werden wir jetzt abziehen und nach die Strecke erstellen und dann werden wir es auch fahren und dann haben wir den Hafen und die 90.000 in der Tasche. Und dann kann man vielleicht noch einen neuen Bus kaufen. Also, wir fangen an, Hauptbahnhof, mindestens eine Haltestelle. Das heißt, den Hauptbahnhof sollten wir auch starten. Dann geht's im Schummergrund, wollen wir das Ding, die Siegweiden ist das nächste. Die müssen wir ja auch machen. Siegweiden zwei Haltestellen, Oakville zwei Haltestellen und dann müssen wir zum Schummergrund noch zwei Strecken fahren fahren. Und ein Schummergrund. Astrapark. Das könnte ja schon wieder viel sein, ne? Ja, wo müssen wir da hin? So, ähm. Mit maximal 10 Haltestellen. Das heißt, wir müssen, wenn wir, das ist ja, ja, Schummergrund, wollen wir den Schummergrund. Wow. 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 Vielen Dank. Ah, Arbeitergast und Fischgroten. Okay. Das wäre die Strecken. Da sind sie ja nicht. Ach, hier. Gut, dann nehmen wir die, speichern die und ziehen mir die 25 und 26 Fahrer ab. Ja, aber die 25, äh, was haben wir denn? Bittert die 25 und 26, so. Das heißt, du gehst die Strecke 12 an. Und die Strecke 12 auf die 27, sehr gut. Soll ich, dass ich die richtig habe? Und wir fahren die Strecke an. Jedenfalls mit dem Gelenkbus. Upsi. Nächster Halt, Hauptbahn. So. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Ach, ich fühle mich, als hätten wir gestern im Alpensägelberg durchgefeiert. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, Woche Senior eine. Eine. Hm. Statt. Hast du gestern auf dem Konzert im Alpensägelberg? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Pff. So. Hm. Stahl. Sieg mal. Sieg mal. Hm, hm, hm. Apfel ist rot. So. 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 Okay. So. 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 Gut, perfekt, passt. Pünktlich, ja. Ja, äh, ich mach das gleich. Hier. So, fucker, fucker, fucker. Ich weiß, dass ich euch jetzt hier stehen. Woche. Ja, das ist so blöd. So, alle haben ihre Fakten, außer die Oma. Vor der zweiten Stelle, glaub ich. Nächster Halt, Arbeitergasse. Genau, der Fischgrund ist die letzte. Nächster Halt, Arbeitergasse. Ja, das hat's ja schon gesagt. Aber das liegt daran, dass wir gerade in einer anderen Haltestelle vorbei sind. Oh, ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. So. Dauert jetzt wieder einen Moment, weil die Ampere das Grüne drin muss. So, perfekt. So, ich will ein bisschen ausrollen lassen. Oh, falsche Haltestelle. Das ist natürlich blöd. Wir hätten davor direkt abbiegen müssen. Nächster Halt, Arbeitergasse. Ja, tut mir leid. So, da ist die richtige Haltestelle. Nächster Halt, Arbeitergasse. So. Keiner, der mich ein Ticket kaufen will? Das riecht doch nach Schwarzfahrer. Na klar. Du hast wohl auch direkt mitgeworden, Leute. Klar. So. Ey, wo hab ich denn, äh, 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 achten? Na klar. Wo hab ich denn, äh, wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen? Hab ich Ihnen schon gezeigt? Naja, hätte er klappen können. Aber tatsächlich... Nächster Halt, Tischgrund, Instaktion, bitte alle ausschneiden. So. 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 Ja, die bleiben doch alle stehen, fahr doch weiter, dann kann ich auch drücken. So, da sind wir durch, jetzt auch rechts. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Davon ist auch nur eine Bodenwelle. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. So, dann fangen wir jetzt die letzte alte Schala an und dann sind wir durch heute. So, tschüss. Komm, ich zeig's auch mit aus. So, fertig. Nein, schwarz verraten wir mal. 14.000 Euro wieder aufs Konto. So, perfekt. Streckenplaner. Dann müssen wir die auch durch, haben die Aufgabe. Ja, und es fehlt hier noch die letzte Aufgabe. Und die machen wir morgen. So, wie wir das hier brauchen. Danke. Danke. Danke.